Wie können wir die denn nicht schmelzen? Hm. Kamera? Kamera. Ah, jetzt mal. Hä? Was war das? Das ist doch... Erhungenschaft gefedert. Oh, wer habe ich denn gekriegt? Wie viele Fehler haben wir denn gesammelt? Ich weiß, ihr könnt das gerade nicht sehen. Ich habe mal eine Maus, aber ich werde euch gleich erzählen. Äh... Und... Sammle die ersten 200 Federn. Ah, cool. Und wir haben inzwischen schon... äh... sechseinhalb Stunden und... 13 von 35 erfolgen. Ja, ich denke, das passt. So. Okay, wie das Rätsel geht, das äh... Kriegen wir auch hin. Wir brauchen den. So, und dann... Mitte... Warte... Mal mal angucken. Ja, das geht mal hin. Ja, das geht mal hin. Aber wie aktiviert ist die denn? so... weiter versteht... ... Kapierschaftlich ganz. Wir werden dann halt dieisa... Ich verstehe es irgendwie nicht. Also wir sollen auf jeden Fall die Reihenfolge da wiederholen, aber mit was und wie? Vielleicht einfach schlagen? Ah, wir dran drücken, wieso wird einem das nicht erklärt? Hä? Das ist doch richtig so. Das ist freitenverkehrt, ok. Müsste es ja die sein und dann die. Okay, wenn wir mal vorhin mal draufkommen, können wir mal egal. Ja. 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 Ja, 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 ja. 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 Wir haben die Vergessenverwürdigung. Der mit blödem Hut. Und dann bin ich gut. wenn eine freunde einstürzen Okay, weiß gar nicht, sind wir da schon ausgegangen eigentlich? Wir sind draußen, weiß ich nicht. Ähm, ne. Ah, da unten ist der Antausgang. Okay. Ach, das ist doch hier, wo wir... Das hat Tausas. Jawohl. Gut, ähm. Jetzt soll doch woanders hin? Danke. Danke. Was? Boah, hier drin ist. Wir müssen uns wohl erst mal aufrufen. Hä? Nein. Nein. Neweilig, so viel Zeit haben wir nämlich nicht. Hm. Hm. Natürlich ist er voll in Farb. Ah ja, da hat mir so eine Feder und den haben wir noch weg, ja. So, kommt es um mit. Da oben ist so ein Geist. Na komm, ne wieder die Feder. Ja. Wenn wir einfach wieder aufklarmen. Ah komm, schon, ich war schon auf den Weg. Da kostet mich das jedes Mal. Alter. 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 fahrrad muss noch innen und hohen so ich werde aber das hier gleich mal als ausgangspunkt nehmen für eine kleine aufnahme aufnahmepause dann würde ich sagen wir sind jetzt zur nächsten aufnahme gut lag erfahren